Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer hat es da in einen Zwölfer? Zeigt ihr mir den Zwölfer, der Dekan? Dann flintern wir weg. Wir sind genau orientiert. Ach, die Annunziation also. Wer? Einer, der nicht mehr hätte zuschauen können, wie es der Pfarrer zu mitten triebt. Mein Hut. Einer, was meiner gemeint also? Und auf so etwas los ist Zynoden? Zynoden hat Land nur Geduld gehabt. Heute reden wir Deutsch. Quo ausquettandem, Cattelina, butere, paciencia nostra? Ihr sind gewarnt, von heute hat kein Schuss mehr. Ja, Herr Pfarrer ist der Meinung, ich habe ihm zu leid gewirkt. Wie soll ich ihm bewiesen, dass ich mit dem Dekan und der Zynoden weiss Gott nichts zu tun habe? Das hat er auch zu Last geleid. Aber das dürfen wir doch nichts von ihr sitzen lassen. Wenn ich Ihrem Vater jetzt so könnte bewiesen, dass er einen falschen Verdacht hat, was nützt sich das? Wird mir doch nur ein halber trauen. Aber das ist doch nicht Racht. Man muss sich doch wehren. Was will er? Ich habe ein Anliegen an euch, General. Keine Zeit. Was soll ein Anliegen? Braucht ihr nicht einen Weltgeistlichen, Herr General? Ich will fort von hier, in den Krieg. In den Krieg? Er! Ha! Euer Knochengerüst, Freund, ist nicht fest genug gezimmert. Ist er da gsi? Wer? Der Pfannenstil. Natürlich. Was hat er wollen? Er will Mann werden. Ich bin Moritz mit einer Frau. Ich bin neig. Ich bin neig. Mein Schiff. Hier wäre es eine Frau. Upp. Ich bin neig. Ich bin neig. Wir müssen noch bei einer Frau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020